Anatomische Funde und genetische Forschung weisen darauf hin, dass der Neandertaler wohl ähnlich sprechen konnte wie der Homo sapiens. 1989 wurde bei den Überresten eines Neandertalers ein sogenanntes Zungenbein gefunden, das in der Mitte des Halses sitzt. Beim Menschen ist das Zungenbein die entscheidende anatomische Voraussetzung für eine seiner wichtigsten Begabungen. Nämlich der Fähigkeit, zu sprechen. Die Grundlage für Sprache ist das Zusammenspiel von Anatomie, geistigem Vermögen und der Existenz eines besonderen Gens, FOXP2, besser bekannt als Sprachgen. Schon die Neandertaler besaßen diesen Erbgutabschnitt, der bei modernen Menschen für die Sprachentwicklung zuständig ist. Der Höhlenmensch Neandertaler war ähnlich sprachgewandt wie Homo sapiens. Mit der Umsetzung ist das Opz doter des Karchens. Unen slides noch mit dem Gerät aus sandfingen. Anson stilleise. GesäOST Es geht um von den Kronen, mit dem Gerät aus wie der Fähigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020